Die Linke beteiligt sich heute hier an der 17. Hanfparade in Berlin unter dem Motto... Wie ist denn das Motto? Die Linke beteiligt sich heute hier an der 17. Hanfparade in Berlin unter dem Motto Meine Wahl Hanflegal. Wir sind heute das erste Mal mit einem Fagen vertreten und treten hier ein für die Rechte von Cannabiskonsumierenden in Deutschland. Die immer noch durch die aktuelle Gesetzeslage diskriminiert werden. Also bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020